Hallo Kinder, ich grüße euch. Ja, dies Wochenende wollen wir nochmal eine Runde durch die Kante kreusen. Und zwar mit dem Echt Schlenkerler Rauchbier kreusen, welches 4,5% hat. Dann noch mit dem Krausen kreusen, welcher 4,7% hat und eine dezente, angenehme Rauchnote. Dann haben wir noch vom Brauhaushöchstatt an der Aisch ein Kreusenbier mit 4,8% und zum Schluss noch ein Weihra kreusen hell mit 4,9%. Ja und was kreusen jetzt genau bedeutet, das verlinke ich euch natürlich mal in der Infobox. Euch allen noch einen schönen Tag, gehabt euch wohl.